Süße Köstlichkeiten, belgischer Kaffee nach eigenem Rezept oder auch frisch zubereitete Bagels. Bei den Hunt Brothers wird jeder Gast fündig. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von Das Haus im Park, Ihr Seniorenheim der Stadt Norderstedt. Ein eigenes spezielles Röstverfahren und zahlreiche Geschmacksrichtungen werden vor Ort in Norderstedt sowie im Online-Shop der Hunt Brothers angeboten. Im Sortiment finden die Kunden verschiedene Sorten Filterkaffee sowie Espresso. Von schokoladig-cremig bis extrem stark. In der großen Auswahl ist für jeden Geschmack der richtige Kaffee oder Espresso dabei. Die Herkunftsländer erstrecken sich von Brasilien, Peru, Kolumbien über Kenia, Äthiopien und viele weitere Länder. Die sorgfältig ausgewählten Bohnen beziehen die Hunt Brothers nur direkt und zu fairen Preisen von Kaffeebauern in den Anbauländern. Ich bin Phil Hunt, ich bin der Inhaber von Kaffee Rösterei Hunt Brothers Coffee. Ich komme ursprünglich aus der Karibik, aus einer kleinen Insel, das heißt Aruba. Deshalb ist auch mein Deutsch nicht so gut. Aber ich bin seit vier Jahren in Deutschland und ich freue mich, um meinen Kaffee hier zu anbieten, zu verkaufen an die Norderstedt. Genau, Kaffee ist meine Leidenschaft. Ich kann das gut verstehen, von Anbau an bis in die Tasse. Ich glaube, ich habe ein Talent dafür und man kann es auch in die Tasse schmecken. Also wir arbeiten mit dem besten Kaffee, den wir ausfinden können, von der ganzen Welt, von Kolumbien, von Brasilien, von Südamerika, Mittelamerika, auch von Afrika. Und wir versuchen, den besten Kaffee herauszufinden. Deshalb heißt es eigentlich Hunt. Das ist auch mein Nachname. Aber das ist auch unser Konzept. Wir jegen nach dem besten Kaffee. Also ich komme aus Norderstedt und ich glaube, Norderstedt ist eine schöne Stadt und Norderstedt braucht sowas. Es gibt genug Leute, um so ein Unternehmen zu unterstützen und deshalb habe ich das in Norderstedt gemacht. Ja, wir haben verschiedene Sorten Espresso und verschiedene Sorten Filterkaffee. Bei Espresso fangen wir an mit dem Huntersblend. Das ist vollmondig Schokolade. Und dann haben wir auch die Gunshot Espresso. Das ist unser starkstes Espresso. Das ist eine Mischung von Brasilien und Nicaragua, immer 100% Arabica. Und wir haben auch einen Einzelbauer aus Kolumbien. Die macht auch ein guter Espresso. All unseren Kaffee kann man auch trinken mit Milch. Wir haben einen direkt gehandelten Kaffee aus Kolumbien. Das ist auch im Bioanbau. Das Kaffee kommt von Omar Orango. Omar haben wir besucht und haben wir den Kaffee in seiner Farm verkostet. Und das ist eines der besten kolumbienischen Kaffee, den ich habe getrunken in meinem ganzen Leben. Wir haben auch einen sehr besonderen Kaffee aus Kenia. Das ist auch eines der besten Kenia-Kaffees, die ich habe diese Ernte verkostet und haben wir auch eingekauft. Wir haben von Garstedt unsere eigene Mischung gemacht. Das heißt, die Garstedt-Bland, das ist auch der beste verkaufte Kaffee überhaupt, das wir hier haben. Es ist eine Mischung von Brasilien und El Salvador. Es ist vollmundig, schokoladig, nussig. Es hat ein gutes Geschmacksprofil, sehr beliebt im Nordenstedt und Umgebung. Man kann all unsere Produkte online bestellen auf www.hundcoffee.com. Man kann all unsere Kaffees bestellen und auch als Subhör, zum Beispiel wie dieser Espresso-Kocher, kann man auch online bestellen. Beste Espresso-Kocher überhaupt. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von Das Haus im Park, Ihr Seniorenheim der Stadt Norderstedt. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.